Unter diesem Zeichen sahen Sie eine Auswahl der besten deutschen und ausländischen Filme, die Allianz Film für Sie auswählte. Erinnern Sie sich noch an die bezaubernde, preisgekrönte Filmkomödie Toxie? Was willst du denn? Willst du mir auf Wiedersehen sagen? Nein, Großvater, ich will dich was fragen. Was denn? Warum bin ich so schwarz? Ich möchte gern nach Hause gehen. Ei, 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 ihr Eimat muss ich wiedersehen. Ei, 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 ei. So wie Toxie ihre Herzen im Sturm erobert hat, werden es auch diese beiden. Die reizende kleine Paulette und ihr großer Beschützer Michel. In dem siebenfach preisgekrönten Allianz Film Verbotene Spiele. Was willst du ihm sagen, du Trine? Schwindler, Schwindlerin! Die Geschichte dieser Kinder ist mehr als ein Film. Sie ist eine Erinnerung an uns selbst. Dein Wille geschehe! Du Luder! Was hast du denn? Angst? Sag, ich schwöre! Ich schwöre! Schön, jetzt sag ich auch, ich schwöre! Kreuzweg an der Quelle, wer lügt, kommt in die Hölle! Das Erlebnis dieses meisterlich gestalteten Filmwerks wird auch an ihr Herz rühren. Da behalten sie 100 Jahre lang. Verbotene Spiele, ein ergreifender Film. Ein Film, der für eine glücklichere Zukunft streitet im Namen aller, denen die Kinder kostbarster Besitz sind. Da sieh! Oh, noch ganz warm. Freust du dich? Hier. Ich mag keine Äpfel. Du bist gemein. Warum? Wegen dem Kreuz vom Pfarrer. Versprich's doch nicht erst. Ich hab's versucht, er hat mich geschnappt. Er hat mich geohrfeigt. Mach's wieder gut. Hann 1938 Er hat mich geohrfeigt. Untertitelung des ZDF, 2020